Jens Spahn, ein absoluter Saubermann. Wenn man zurückdenkt, was er so alles von sich gegeben hat, der 2020, 2021, er verantwortete damals die Ausgrenzung von Millionen von Menschen in diesem Land. Jetzt tingelt er weiterhin durch die Talkshows und macht Politik für die CDU, als wäre nichts passiert. Wird es irgendwann mal Konsequenzen geben? Wir sind gespannt. Die gesamte Politikerlandschaft, Medienlandschaft wird natürlich versuchen, das zu verhindern, denn alle haben sie mitgemacht.